Und hier der unwahrscheinliche Ausstieg, schaut gar nicht so weit aus, aber es täuscht. Stefan, Rainer, Schari sitzen drin, schauen wir mal rein. Es ist halb neun und es ist eigentlich noch sehr viel Platz, wie wir sehen, zum Schlafen. Jede Menge Platz. Herr Aufbruch, Stimmung und Tiefblick hinunter. Es ist 2,40. So, meine Damen und Herren, Aufstieg zum Dom du Kutte. Andreas geht mit uns mit. Andreas, wo kommst du her? In Winterlinger, der Schwäbische Alt. Schwäbische Alt. Und wir sind jetzt bei der Vajohütte, über 4.400 Meter. Und schwenken hinauf, zum Gipfelgrad. Hinaufgehen, hinaufgehen, Abik. Und schwenken. Und schwenken. Die letzten Meter zum Gipfel. Zum Gipfel ist man blau. 4809 Meter hoch. Fast unglaublich. Gut. So, wir sind am Gipfel, das ist mein Plan. Wir gehen ein bisschen, aber das Wetter ist super. Ein bisschen gleich, ich gratuliere. Super, klar. So, rechts. So, nochmal, reagieren wir die. Wie ist das Bollier, geht es wirklich. Ein bisschen vor? Ja. Ein bisschen vor? Ja, oder? Nein, in der Tür ist ja ein bisschen. Vier, vier. Vier, vier, vier. Vier, vier, vier. Vier, 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 vier. Vier, vier. Vier, vier, vier. Der Grand Moulet, herauf. Oh, Jo, bitte. Was haben wir da für Stimme? Alter, was ist das für die Stimme? Ja, Rainer, du kommst doch. Wo ist die Karin? Ah, da, ja, da bleibst du schon frisch. Ist eine gute Idee. Rainer Bergheil, du. Super. Eine Jubiläumstour zum dritten Mal hier oben. Super. Super.